Jetzt guck mal nicht... ...messer sein können. Leute, hier ist der berühmte Bug-Zombie. Ja. Der steht hier einfach bloß. Den könnt ihr nicht anhippen. Oh, meine Tastatur spinnt hier gerade. Echt? Doch. Na, der ist scheiße, du. So. Jetzt geht's wieder. Was sagt der Taus? Taus ist doch bestimmt gut. Komm, 9mm will er jetzt nicht fahren. Nicht wie die Saints. Ja, komm, die wollen das Spiel realistisch machen. Also mindestens 9mm. Jeder Amerikaner hat 9mm im Haus. Also wo ist sie? Ja, hier haben wir wieder einen Kamin versteckt, was? Oder hinter der Tür? Ja, komm. Einfach mal hier so eine Wand gemacht. Haben sie einfach so eine hohle Wand gemacht. Und dann haben sie einfach die ganze Waffe-Kiste reingekommen. Ja, in Wirklichkeit ist hier ein Tresor im Haus. Jetzt haben wir das große Supermarkt gehen. Oh, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Nein. Wie viel ich bekomme habe, kann ich auch nicht sehen. Ich kann da gar nichts sehen. Meistens steht da drauf, Item Added oder sowas, ne? Das steht bei mir nicht. Ja, steht Money Added und dann der Wert. Das steht bei mir nicht. Ah, hier habe ich nochmal Geld bekommen. Gold. Geld, komm. Gold, Gold, Gold natürlich. Oh, schöner Bug hier. Was denn? Da ging mal natürlich... Oh, hier liegt ein Juice. Kannste mal mitmachen. Ich geh mal durch am Fenster. Da. Der Zaun ist bald im Haus. Ja, komm mal hier rein. Hier hinten, hier hinten. Das ist ein Juice. Da hinten. Ey. Genau. Oh, ich geh mal kurz hier um die Ecke. Kann das sein, dass der Rucksack liegt? Bringt das dir? Das wär nice. Nice wär das. Und es liegt... Kein Rucksack. Backfisch. Haha. Hätte ich jetzt... Platonfisch? Nee. Nee, auch nicht. Da lag war glaube ich Back of Chips und... Warte mal, da ist noch ein Haus. Da kann man doch rein. Ah, klopf, klopf mal. Da seht ihr, da haben wir schon wieder Can of Soda. Also ich... Ich nehme jetzt einfach mal Can of Soda. Ich will einfach straßen ein bisschen hier PvP gegen Zombies machen. Alles klar. Weil solche viele Spieler haben wir jetzt da nicht gesehen. Aber jetzt kommt's gleich. PvP aus Sniper. Boom. Wir müssen nur noch runter das Wasser mitgeben. Ja, alle tot. Ja, alle... Alle Zombies. Der hilft mir nämlich. Das ist freundlich, der Spieler dann. Ja, genau. Ja, äh... Hä? Jeder Spieler ist freundlich? Also nein. Ich hab noch keinen freundlichen Spieler in dem Spiel gesehen. Die meisten heißen... Also die freundlichen Spieler angeblich, ne? Für mich ist halt der nicht mehr... Die heißen Constable Bill oder so'n Dreck. Da hast du Geld übersehen. Oder was? Nein. Hä? Ne, ist der Zombie. Der leuchtet. Ja, und Constable Bill oder wieder auch. Wie man das auch immer ausspricht. Das ist halt der Status der früher... Wie hieß der früher? Lawmen, glaub ich. Ne, warte mal. Ja, doch Lawmen. Lawmen gibt's immer noch. Genauso wie Bandit es immer noch gibt. Nur die sind weiter hinten eingeordnet. Also ihr braucht... Mehr positive oder mehr negative Reputation. Meine schlechteste Reputation ist Outlaw im Moment. Ja. Danach kommt Bandit. Aber dafür haben wir ja unterwegs. Genau, Bandit. Ich hab mich eigentlich gefreut, wenn ich's mal Megabandit bekomme, aber... Megabandit gibt's immer noch, oder? Das gibt's immer noch. Boah, jetzt soll ich mir schon mehr Geld bekommen. Aber beides waren da 50, aber egal. Ist genauso wie einmal 99. So, und erstellen wir mal das Haus. Oh, hier liegt nochmal Ken of Soda. Jetzt kann ich wissen, wie viel Ken of Soda ich jetzt schon wieder haben. Hier liegt ein Juice bei mir. Hey, soll ich dir noch was sagen? Du hast Geld übersehen. Meins. Hier liegt ein Juice bei mir. So, zu weit Geld. Alter, 99 Dollar hat er übersehen. Nice, nice. Schön in der Küche hier wieder. Ja, ja. Weiß ich. Sehr gut jemand. Hier liegt ein Juice. Too much white. Was werde ich denn jetzt auffressen? Jetzt. Ja, was kann ich denn wegschließen? Ich ess jetzt ein Juice, damit ich ein Juice aufsammeln kann. Nee, ich droppe jetzt ein Beinockier, oder? Too much white, ey. Was esse ich denn jetzt? Das ist ein Incent out mir. Ich hab 9,9 von 10 Kilo. Das ist's nicht. Warst du schon in jener House drin? Nee. Aber... Naja, die haben jetzt zwar die Spawns da noch gemacht, aber... Ich weiß nicht, was das ist. Das hier rein. Naja... Wieder ein Juice. Also... Essen und Trinken. Oh, hier ist ein Flachbildfernseher. Ja, da kann man hier Woise spielen und gucken. Nee, eigentlich nur gucken. Hier müssen wir auch nur gucken. Spielen. Ach, das ist hier 2020. Da geht er also. Ah, hier ist ein Computer. Ah, gut. Äh, Computer sind aber Kakaus in 2020. Und generell... Und generell... Da ist sowas ein T-Done. Ne Headshot. Das ist besser. Machete oder Headshot? Machete oder. Beides ist gut. Ja, ich bleib aber lieber mit meiner Machete. Ich bin ja Indiana Jones und so. Ja, ich brauche noch einen Lassung. Ja, hört mir unseren Hut an. Dacht du, du, ich dacht du magst. Tu mal hoch. Ja, schon. Aber... Boah. Party. Da war mal so ein Spawn früher gewesen. Gab überall mal Spawns. So, ich geh jetzt Richtung Supermarkt. Klopp ich mich da schon mal gegen die Zähneis. Irgendwie soll's heute auch nicht mehr spannender werden mit Spielern oder so. Ehrlich, das ist ja mal wieder richtig peinlich, weil wo sie... Wo sind die Spieler? Haben wir schon in den In-Haus? Ja, war? Ja, klar. Ne. Oder nicht, kein Plan. In den In-Haus wollen wir noch, glaube ich, nicht. Ich glaube bei denen erst. Einfach nochmal stürmen, ist ja egal. Hier geht nochmal einen Juice, was der ist auf. Oh, hier liegt eine Headshot, ja. Das war deine Rose. Ja, alles. Irgendwo gammelt hier ein Zombie rum. Ja, bei mir hier. Ja, das glaube ich dir. Oh, wieder zweimal Geld. Also Geld habe ich heute schon bestimmt 200, 300 Dollar. Ach, ich liebe diese Zombies, die in der Straße drin stehen. Oh, hier in den Haus haben sie wohl nix reingemacht, ist ja schade. Ja, aber kann man gut auf die Brücke raufschießen oder ins Haus, oder? Ins PvP-Haus. Ins PvP-Haus, ja. Da kannst du dich schön tarnen hier in den Haus. Kriegst einmal der Kugel in den Kopf und dann bist du da wieder weg. Also, da ist wieder hier... Aber generell kann man hier auch gut in... Parkerville Geld fahren. So, ich bin jetzt im Supermarkt, wo bist du? Ja, ich bin direkt hier. Jetzt hier rein. Ich bin direkt davor. Mit dem Kopf durch die Wand. Ja, genau. Mit dem Kopf durch die Wand, genau, genau. So machen die Leute das mit ihren Vorschlagshammer. Die nehmen einfach den Kopf. Nicht so nah, man. Ne, 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 ne. Da ist ein Wasser, kann ich nicht mitnehmen. Suppe, 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 Ham, Ham, Ham. Oh, da ist Elektro-Aid, oder? Ja, das war schon... Beim anderen Supermarkt sind auch zwei Stücke. Suppe, Suppe, Suppe. Wasser? Ne. Kein Rucksack. Kein Rucksack. Keine Waffe. Ruck. Zwei Juice. Kein Rucksack. Keine Waffe. Really? Verlaubt ihr, den kompletten Supermarkt ohne eine Waffe? Oder waren hier in den Zwischenregalen? Hm. Was? Ja, dann würde ich jetzt meinen. Wir gehen jetzt ja kurz weg und dann machen wir raus, ne? Wohin gehen wir? Für heute. Ja, wir gehen jetzt kurz mal hier in die Ecke. Obwohl, wisst ihr was? Ne, ne, komm Leute, wir müssen ja irgendwie PvP-Action haben. Wir gehen jetzt zu Smallville, komm. Da ist wisst, was los. Ehrlich? Bist noch Smallville? Ja. Rocky Ford reicht doch, oder nicht? Das ist näher. Ja, Rocky Ford. Rocky Ford können Zombies auch hier Rucksack respawnen. Du erinnerst nicht Militärrucksack? Hey, guck mal was da oben ist. Was denn? Ah, Pickaxe. Leute, Minecraft-Action hier. Ja, aber... Ich bin Rocky Ford doch besser. Was, wenn ich eine Anti-Infizierungsspritze? Nie. Ja, wenn du hier infiziert bist. Hast du da was dagegen? Hm. Ja, ich auch nicht. Sollten wir uns nicht infizieren lassen, oder wie? Ja. Ne, komm wir gehen, äh, äh, Smallville. Da haben wir mehr zu tun. Äh. Nix, Rocky Ford. Komm, Smallville, was haben wir da mal gefunden? Ne, seit dem Update. Nichts. Das ist doch egal. Und... Rocky Ford? Hast du eben eine Fläche? Rocky Ford, okay. Nein. Smallville! Kannst du dich hören, Junge? Nee. Kannst du aber alles rausschauen nach dem gesamten Weg? Der wird so langweilig. Nee, kann ja sein, dass ja einer kommt, ne, Leute? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Million. Ja, das sind grad mal 4 Mann, 5 Mann ab und selber. Wow. Oh, seht ihr das magische Licht? Auf mein Messer. Auf mein Katana. Ach nee, das ist so ein Schweizer Messer, weißt du? Weißt du, was du damit alles machen kannst? Du kannst dir ja mal einen Arsch schieben, alles hier mit dem Katana. Ach, mit der Machete. Schweizer Taschenmesser. Ehrlich jetzt Smallville, nicht lieber Camp Splinter, wo man auch ne Waffe finden kann? Smallville? Äh, wir haben doch nicht mal ne richtige Waffe, oder? Ich schon. Ne Mosbech. Ja, das ist aber ne richtige Waffe. Mich ist ne richtige Waffe, ein Sturmgewehr. Naja, ihr geht kacken, Alter. Ein geschruffeltes OP. Ja, 10 Meter. Merkt ihr das? OP. Ja, 10 Meter. Nein! 10 Meter Mosbech, warte mal, das sind doch 10 Meter, oder? Ich renne einfach. Keine Ahnung wie weit das ist. Ich renne. Warte auf mich. Nein, nein, nein. Bestimmt jetzt unter 10 Meter. Ich hab so... Letztes Mal hatte ich eine Rüstung dabei. Jetzt hab ich ja noch nicht meine Rüstung dabei. Warte auf mich. Hm. Okay, irgendwie ist das eigentlich ganz merkwürdig, dass hier keiner ist. Wie viele Leute sind denn auf dem Server? Guck mal nach. Sechste. Sechs? Ja, okay, dann. Das heißt, einer mindestens Smallville rumschirmt. Also Smallville ist wirklich... ... ... ... ... ...